Mit Links im Internet Geld verdienen? Geht das? Ja, ganz einfach und nirgendwo besser als bei linkretize.net. Warum? Wir bieten die besten Auszahlungsraten überhaupt. Durch unseren ausgefeilten Algorithmus schaffen wir es, ihren Traffic perfekt zu monetarisieren. Doch was macht Linkretize genau und wie lässt sich dort Geld verdienen? Unsere Website zielt darauf ab, den Traffic, den sie im Internet über ihre Links generieren, zu monetarisieren. Beispielsweise wollen sie einen Download unter ihrem YouTube-Video verlinken, bei Twitter Links posten oder in Foren etwas verlinken. In diesem Moment kommt linkretize.net zum Einsatz. Sie nehmen den Link von der Seite, auf die sie gerne verlinken möchten, tragen diesen ins Link-Feld ein und voilà, ein neuer Link entsteht. Klickt nun ein Nutzer auf diesen Link, landet er auf einer Zwischenseite mit Werbung, bevor er zur richtigen Seite weitergeleitet wird. Und sie verdienen jedes Mal Geld, wenn jemand auf diesen Link klickt. Genial, oder? Das Beste ist vor allem, dass unsere Websites ohne Pop-Ups, Layer, Porno- oder Glücksspielwerbung auskommt. Das heißt, es gibt eine gute Nutzererfahrung mit unseren Links. Und trotzdem können wir ihnen Top-Auszahlungsraten bieten. Im Durchschnitt verdienen unsere Nutzer pro 1000 Aufrufe etwa 8 bis 11 Euro. Das ist das 5- bis 6-fache von der Konkurrenz. Und das durch moderne Werbung, die den Nutzer anspricht, anstatt abschreckt. Registrieren Sie sich noch heute bei linkretize.net, teilen Sie Links und werden dafür langfristig und effektiv bezahlt. Zudem bieten wir Top-Auszahlungsmethoden, zum Beispiel Banküberweisung, Paypal, Paysafecard oder auch Amazon-Gutscheine. Und das ab einem Mindestauszahlbetrag von 10 Euro. Linkretize.net überzeugt derzeit unsere Nutzer durch eine Top-Vergütung und eine gute Nutzererfahrung. Damit heben wir uns klar von der Konkurrenz der Link-Kürzungsseiten ab. Und deshalb sage ich ihnen, verschenken Sie nicht Ihren Traffic, sondern machen diesen über linkretize.net zu barem Geld. Ganz einfach und ohne Aufwand. Und daher sage ich ihnen, registrieren Sie sich bei Linkretize und probieren unsere Dienste einfach mal aus. Falls Sie Probleme, Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie diese gerne an unser Support-Team stellen. Wir sind ein deutschsprachiges Unternehmen, was sich sehr um unsere Nutzer kümmert und daher bieten wir Top-Support. Falls man sich noch unschlüssig ist, wie man Linkretize.net einsetzen kann, folgen hier ein paar Beispiele. Man ist zum Beispiel YouTuber und verlinkt öfter mal was in der Videobeschreibung, sei es Downloads, Links zu anderen Webseiten oder zu Videos. Dort kann man die Besucher, die in der Videobeschreibung auf die Links klicken, einfach monetarisieren. Oder man ist zum Beispiel auf Facebook aktiv oder hat einen Twitter-Account. Auch dort bietet sich unser Dienst an. In jeder Situation, in der man Links mit anderen teilt, kommt Linkretize zum Einsatz. Ein weiteres Beispiel sind Websites. Zum Beispiel betreiben Sie einen Blog, haben selbst eine Homepage oder sind in Foren oder so aktiv. Sie verlinken auf diesem auf andere Websites? Kein Problem. Linkretize monetarisiert auch diese und bietet damit die höchste Vergütung. Also, worauf warten Sie noch? Registrieren Sie sich einfach mal auf unserer Website und probieren uns aus. Einfach und kostenlos. Okay, damit bedanken wir uns fürs Anschauen dieses Videos, wünschen noch viel Spaß und vor allen Dingen gute Verdienste auf linkretize.net. Jetzt anmelden und wir sehen uns gleich im Dashboard wieder. Bis gleich.